warst du amt oder was? ja hast du Jakob ist ja morgen auch da ich bin morgen da ja aber ich kann kein Z ich hab deine erste Hilfe ich würde gerne mal wieder eine Runde spielen mit mit euch Tränen ja ja das war aber noch richtig schön du im Z du im Heli Jakob und den und ich im Z die letzten Runden waren geil das ist echt Spaß da ist noch einer oh fuck lol warte nice, nice, beautiful so wie im letzten Match einfach mal beide weg hier ist dein Medi-Kiss naja guck du brauchst TDM auch ey was du hast mehr Kills gehabt ich hab weniger Tote gehabt und ich hab dich 13 mal genatzt und du mich nur 10 mal genatzt ja das ist ja trotzdem ja wir sind Docfighter Jakob Docfighter ja ich bin eigentlich mittlerweile auch nur noch Helikopter ne ich bin ja auch extrem offensiv gegangen also ja ich bin auch ich bin auch gerade auf dem Weg zum Heli Service Star 100 ja ich auch ja aber das wäre schön wenn man mal anständig Heli verlosen hätte den Job nicht gesehen naja mh ich kann ich nicht resen einer pusht hab einen anderer pusht mich anderer hat mich ich glaube ich habe jetzt 40 41 das dauert richtig lange ich bin bei 67 und ey ey du man bekommt es echt nicht hin aber ich kann nicht ich kann nicht fliegen ich kann nicht fliegen das ist überhaupt kein Problem hä? ich kann nicht fliegen stimmt nicht ja das wäre schön auch wenn ich nicht mehr als habern kann nein 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 aber das sollte ja ja genau Gottverdammt eine Sekunde komm hier dein Medicaid aber wo ist der andere? was ich überhaupt nicht kann ist die DV-Rakete ne DV-Rakete kann ich dir ein bisschen was beibringen falls du willst dort wo du gestorben bist ey das scheißdreck den kapier ich überhaupt nicht Vladi Vladi spiel am besten mit Heavy Barrel und ohne Laser die M16A3 diese Bastarde sind hier die ist deutlich stärkiger beide ich werde sie erledigen ey kommt der Hinschaffer die hab ich jetzt mehr erwartet also los was 6 670 Euro für 2 Reifen also bitte ey das ist doch nicht normal oder? äh rechts ist der jetzt 670 Euro für 2 Reifen für das Motorrad ja das ist nicht doch dahinter nicht doch dahinter das ist das ist tödlich die können da durchschießen ja ja na ich wollte bloß gucken inwiefern das das gibt sofort lernt hast du drückst ok ok ich bin down ähm man bleibt safe ich spawne na ja das ist ja jetzt das ist ja jetzt ein experimentelles Match ich guck ja ich guck ja was geht was nicht geht jetzt ist ja so kacke oh ich bin down links hinterm links hinterm Castl das ist das ist stein oder block Und das, wo du immer sagst, rechts ist Big Spawn. Jo, die hat mich nice gemacht. Kannst du Frags wechseln? Nein, es ist zu spät. Ey, aber Jakob und Danger spüren morgen ne Runde, ja? Ja, genau. Ich bin so ab 2. Beide von meiner Seite. 2, ok. Jakob, fliegen wir den Heli? Ja, wir können den Heli ziehen. Ja, wir können den Heli ziehen. Jetzt sind die beide wieder oben. Ja. 4, 3, 2, Boah, kacke, 10-1, Junge. Du bist doch so ein Noob. Im Sicht. Geil. Ich hab einen, ich hab einen down. Ich hab beide getötet. Ich hab beide getötet. Ja. Das ist deine erste Heli. Lass mal, das ist das mal. Gehst du dort? Gehst du den? Ey Leute, ich bin mal ganz kurz AFK. Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Big Spawn machen soll. Würde ich sagen, oder? Ja, warte doch, man. Ja, aber Big Spawn ohne Piken. Na ja, der Kerl ist nicht zu verarscht. Na ja, ich hab meinen Job, ich hab einen Job, ich hab ihn gerade getötet. Ich hab den Job, ich habe einen Job, ich habe einen Job, ich hab nicht geworfen. die erste hilfe ist unter dir nehmt einer ist recht ich hab ihn geheadshottet da einer da nice ich hab doch gesagt einer war big ja hier ist deine erste hilfe ihr ähm kleiner tipp probiert euch probiert erst zu pushen wenn einer down ist mindestens denn wir sind da jetzt aufgeteilt in unseren positionen der krieg und wenn ihr zwei angerannt kommt hacke holt einen von euch und ich soll auch einen in sicheren verstecken sind wenn ich dort ein bisschen eintötet dann ist wenn wir pushen warte ich habe einen feindlichen soldaten auf dem gebiet ist ich bin ober weiter oder wahrscheinlich mit mark auf kopf ja mit magnum ist nicht auf jeder auf jede einer der guckt aber gerade Er piekt. Danger's down, danger's down. Oh, was für ein Kack. Hol dir das Medi-Kit! Wart mal. So, los. Aufpassen, ich hab einen falschen Soldaten gesichtet. Over. Okay. Einer Banane, die sind gesplittet. Einer down, Banane down. Bloody, wenn du die Nades wirfst, probiere nur ganz kurz exponiert zu sein, dass du praktisch die Wurfanimation schon einhältst, wenn du noch in Deckung bist und wirklich nur zum Akterswerfen guckst. Wurde gerastet, ich hab ihn so farb wieder getötetet. Final getötet. Ich hab auch schon auf Space-Plattform gehauen. Hinterm Block ist jemand. Ja, ich weiß. Drei. Zwei. Oh, shit. Sorry. Sorry. Ah. Ah, das war auch mal mit Macher auf Kopf, ne? Jetzt aber. Ah, ist das hart aus. Hab ihn. Einmal. Ähm. Okay. Okay. Beide peepen. Ja, okay. Haben die gerastet, oder? Ja, ja. Hey, Sim, ich bin dein Medikind. Oh. Ja, einen hab ich. Los. Eintrag mich. Los, 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 los. Bei Big, glaub ich. Ja. Einer down. Big. Big, 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 big. Also nicht gerastet. Best. Ja, hier ist dein Medikind. Hier, warte. Hab den anderen. Hab beide. Ja. 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 Banane, beide. Oh scheiße, die Granate! Gute Nade. Gute Nades. Scheiße, die ganze Welt, weg! Damit kommst du wieder auf die Beine! Auffassen! Politiker, die Granate abzuholen! Verdammte Scheiße, Granate! Erste Hilfe, Mann! Schnapp sie dir! Wir haben keine mehr, alle vier weg. Guck mal, Big. Guck einfach. Ah, rechts ist jemand. Äh, komm nicht! Ich spawne lieber bei dir. Hier ist dein Medikid, Mann! Übrigens piek da gerade. Oho. Ja. Da ist der Danger einfach nicht hinterher gekommen, der Noob. Ich hab ihn, mein Mann. Ja, den hat er gefressen nur so. Schon wieder. Stirb halt mal. Ja. Ja. Die erste Hilfe ist unter dir. Geh ihm! Deine Squad-Kamera! ... ... ... ... ... ... habe ich mich zuerst und dann los ab rsg m jungs probiert mal folgende perl-kombination zu nehmen cover und granaten nicht am amos nicht wichtig hier liegen überall in 16 kurz rum das findest du immer wieder das medikit und augen offen halten ich habe den feindlichen soldaten in eurem gebiet einer noch im geld drei sekunden was hast jemand gekriegt ab in einmal ab ein Ab ein. Aber noch. Ah. Nochmal. Nochmal. Hinter dir. Hier ist das Medikin, Mann. Wir haben ihn. Oh, nice, Peter. Los, 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 los. Rückseite. Beide dahinten. Beide, beide. Oh, crap. Ja, also, äh. Das braucht schon was. Sack, ich glaube, das funktioniert nicht, wenn einer wirklich weit hinten ist und einer steigen, das können wir nicht machen. So, ich stand eigentlich, im Prinzip stand ich hier, du bist gestorben, ich bin rüber und du warst da innerhalb von einer Sekunde wiederbeleben. Ja. Ja, also, mein Problem war halt, dass, das war jetzt halt ein Split-Push, dadurch hatte ich halt Schwierigkeiten, weil ich wirklich zwei Seiten, also, ich wusste, ich wusste, dass da einer in der Banane steht, also. Ich bin umtreffen. Ja. Wer hat denn dieses hessische Cupra-Visier für die im 16? Das ist ja voll ekelhaft. Ich hab das immer. Nee, ich hab's gerade vom Gegner aufgenommen, aber... Achso, Vladi spielst du, Vladi spielst du, Vladi spielst du mit Cobra, glaub ich. Vladi spielst du Cobra, oder? Ja. Das ist voll ekelhaft. Oh, das ist perfekt. Mach einfach safe, mach safe jetzt. Okay. 6 Tickets. Wollte aber Spaß. Oh, der Sack. Äh, nice. Oh, jetzt. Der hat mich nochmal gemacht genommen. Hier ist das Medikit. Geil. Oh, der Einde. Hahaha. Ich hab gerade eben noch einen Schuss gehört, aber die Runde zu Ende. Jep. Da hat gerade irgendeiner gepiekt. Rögt runter? Ja, wie wollen wir Teams machen? Ja, wie wollen wir Teams machen?